Magnus, du hast gerade Anish Giri gewonnen, um einen Rekord-Six-Title zu gewinnen. Herzlichen Glückwunsch! Und was bedeutet das dir für dich? Es ist groß für mich. Es ist eines der top Tournehmens, nicht nur jetzt, aber auch jetzt. Man hat den Rekord hier, vor allem nach so einem schlechten Rekord, das ich hatte, ist großartig. Sprechst du kurz über die Spiele? Ich glaube, der erste war eine Magnus-Trademark-Viktorie? Ja, ich glaube, ich war ein bisschen langsamer. Es war sehr schwer, nach Klassik-Title zu 13 Tagen, um zu Blitz-Mode zu gewinnen. Und ich habe das nicht wirklich geschafft, und man sieht das, besonders in der zweiten Rekord. Ich war ein bisschen wobbly, aber, ja, fortunately, ich habe es geschafft. Anish sagte uns heute Morgen, dass er, wenn er dich verletzt hat, er hatte einen psychologischen Rekord, weil er einige sehr nasty Dinge auf Twitter verletzt hat. Können wir etwas von dir heute Morgen erwarten? Nein, ich würde ihn begrüßen auf ein wunderbares Tournament. Er hat so gut gespielt, wie jeder. Er hat gar nicht in Gefahr. Und wenn er in Gefahr ist, er hat sehr gut gespielt. Er hat so gut gemacht. Er hat so gut gemacht. Das ist die erste Mal, dass wir in Valkanze hatten, bevor sie gespielt wurden. Was ist dein Geist auf das? Sind Sie ein Fan von den Spielern? Oder würden Sie lieber den Titel mit Anish verletzt? Die einzige Sache, die ich nicht ein Fan von, ist, zu entscheiden, weil es nicht ein Fan von den Spielern ist. Ich denke, ein Schade-Win ist gut. Und auch ein Fan von den Spielern ist gut. Denn, obwohl es ein anderes Format ist, wird es immer über den Spielern entschieden. Ich denke, das ist das Hauptprinzip. Und ich mag auch spielen in den Spielern. Ich mag natürlich tie-Win. Die letzte Frage. Wie werden Sie das Vekrieg sein? Ich weiß nicht. Jetzt bin ich ein bisschen verletzt. Ich habe viel Energie in den letzten paar Tagen. Ich werde vielleicht etwas Essen bekommen. Vielen Dank für Ihre Zeit und herzlich willkommen. Vielen Dank. Vielen Dank.